Ein Lastwagenfahrer ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Schwan schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem LKW offenbar wegen eines technischen Defekts auf die Seite gestürzt. Das Unglück ereignete sich laut Polizei gegen 12 Uhr an der Niendorfer Chaussee in Schwan. Der 49-Jährige wollte mit seinem Gefährt nach rechts auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen. Beim Durchfahren der Kurve hatte sich offenbar die Mulde gelöst und die Zugmaschine zum Umsturz gebracht. Der Laster fiel nach links auf die Seite. Der 49-Jährige wurde schwer verletzt in seinem Führerhaus eingeklemmt. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Schwan mussten den Mann mit schwerem Gerät befreien. Sie entfernten dabei ein Teil des Daches. Erst dann konnte der schwer verletzte Mann an den Rettungsdienst übergeben werden. Der 49-Jährige kam umgehend in ein Krankenhaus. Ein Notarzt wurde zur Einsatzstelle per Helikopter eingeflogen. Ein Sachverständiger der DEKRA nahm zusammen mit der Polizei die Ermittlungen zur Unfallursache auf. In einer ersten Analyse könnte der Unfall auf einen technischen Fehler zurückzuführen sein. Die mit Schrott beladene Mulde löste sich demnach wohl während der Fahrt und brachte den LKW zum Kippen. Der Gesamtschaden des Unfalls wurde auf rund 115.000 Euro geschätzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017